Fantastisch! Das reicht, ich hoffe mal das ist auch genug, wieviel haben wir denn? 105 Mauerbrecher! Mann, leck mich am Arsch! Wir holen uns jetzt noch ein paar hier eben aus unserem Clan, ich werd ja auch bald wechseln, weil ich ja dann, ja hab ich ja angekündigt in einem anderen Video, dass ich dann den Clan wechseln werde und deswegen werd ich dann wohl, ja, nach diesem Angriff mal mir die Bewerbungen angucken und werde dann mich für einen Clan entscheiden, oder auch nicht, mal gucken. Ja, wenn ich jetzt noch Mauerbrecher kriege, weiß ich nicht, warte mal, wann haben wir denn? Oh, in zwei Stunden ist meine Königin auf fünf, ich freu mich schon! Und deswegen würd ich sagen, warte, haben wir jetzt hier noch was? Näh! Wir gehen jetzt mal angreifen! Schild hab ich zwar noch, aber ich würd auch gerne 100% schaffen, wir müssen uns aber einen schlechten Gegner suchen. Was ist denn eigentlich, warte mal, wie war das denn nochmal, wenn ich einen Gegner finde ohne, ähm, quasi ohne Mauern? Was machen die denn dann? Die gehen dann auf das, auf das nächstgelegene Gebäude, ne? Ah, auch ganz interessant! Wir werden mal sehen, die haben alle noch zu viele Mauern, die Leute! Der hat auch zu viele Mauern! Wobei wir auch 105 Mauerbrecher haben, das sollte man auch nicht vergessen! Ja, sowas aber schon nicht, das sind schon wieder zu viele! Wir wollen ja auch möglichst alles zerstören, was sich da so uns in den Weg stellt! Mal abwarten! Vielleicht können wir auch ein paar Mauerbrecher sparen, das werden wir auch sehen! Ja, hier ist doch was! Hier ist doch was! So, Brigade 1! Ja, 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 ja! Wie geil ist das denn? Jetzt sind schon alle Mauern weg! Alter! Alter! Alter, jetzt kriegen die nicht! Ah doch, sie kriegen die noch! Wumm! So! Mauer, Mauer, Brigade 1 weg! Was passiert jetzt? Alter, es kommt noch mehr! Jetzt kommt noch mehr! Jetzt hauen sie den Rest kaputt! Alter! Alter! Wir gehen jetzt mal von hier einfach, komm, wir machen das jetzt mal so! Wir gehen jetzt einfach mal hier von, so Schritt für Schritt! Das ist der geilste Angriff ever, ey! Ah, warte! Ich hab noch ne Idee! Ich hab noch ne Idee! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Wir behelfen uns mal ein bisschen und nehmen noch einen Wutzauber! Los! Macht alles kaputt! Macht alles kaputt! Ach, wie geil ist das denn, ey! Oh mein Gott, ey! Oh, wie geil! Warte mal, wir müssen mal weiter vorgehen! Ich will ja das Radhaus noch haben! Ah! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Komm! Der ist jetzt gleich kaputt! Nein! Nicht da oben hin! Ja, da hin, genau! 13 Stück haben wir noch! Es reicht nicht! Scheiße! Wir kriegen's nicht hin! Komm! Boah! Es dauert zu lange, diesen verkackten Minenwerfer kaputt zu machen! Ich weiß noch nicht genau, wie ich das schaffen soll, dass ich hier noch was kaputt mache! Es reicht nicht! Äh! Das ist ärgerlich! Ich hätte eigentlich gehofft, wir kriegen noch was kaputt! Können höchstens noch ne Bauhütte zerstören! Aber auch nicht! Die haben echt zu wenig Power! Das ist ein bisschen schade! Ich weiß noch nicht, was ich machen soll! Ob ich noch den König setzen soll! Aber im Grunde brauche ich den ja auch nicht zu setzen! Weil ich ja nicht... Bin ja nicht unbedingt gezwungen, hier was zu machen! Okay, der war ein bisschen zu stark! Wir verlieren jetzt sogar noch 20 Pokale! Aber ist egal! Das ist nun mal das Spiel! Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ich hatte irgendwie so viel Spaß gerade! Ah, wir haben ein paar Oberbrüche erhalten! Ich hatte gerade so viel Spaß! Wir machen noch einen! Wir machen noch... Ich war nicht unbedingt Teil der Wette, aber... Matthias hat ja zu wenig gemacht! Dann mach ich halt ein bisschen zu viel! Wir machen jetzt mal was ganz geiles! Wir nehmen diesmal drei... Wir nehmen drei Wutz... Wutzauber! Ah ne, warte mal, warte mal, warte mal! Ich hab noch ne Idee! Wobei, ne! Ne! Sprungzauber hatte ich gerade noch überlegt! Bringt aber jetzt hier wahrscheinlich eher nichts! Ah! Das bringt eher nix! Moment! Oh! Ich hab gleich kein Elixier mehr! Nein! Wir müssen... Wir müssen jetzt ein bisschen sparsamer vorgehen! Scheiße! Ich hab... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das wieder so viel kostet! Ah! Ich glaub ich den jetzt noch! 1, 2, 3... Ja, es wird auf jeden Fall dann noch etwas dauern, Freunde! Tut mir leid! Ähm, kann auch sein, dass ich jetzt... Das... Ey, was... Wir machen's so! Ich werd jetzt noch normal ein bisschen farmen gehen! Ähm, werde dann natürlich noch den zweiten Angriff noch machen! Den schreit ich natürlich auch noch in so Folge rein! Den seht ihr aber dann nach einer kurzen Pause für euch! Es ist eine ganz kurze Pause! Für mich wird's wahrscheinlich etwas länger dauern! Weil ich natürlich jetzt erst noch ein bisschen Elixier farmen muss! Und das auf diesen unteren Regionen nicht so ganz so einfach ist! Aber wie gesagt, Leute! Bleibt dran! Wir sehen uns gleich wieder! Und dann werd ich auf jeden Fall noch ein bisschen Elixier farmen! Bis gleich! So, sind wir jetzt zurück bei Let's Black Is Your Clans! Ähm, für euch war's noch eine ganz kurze Unterbrechung! Für mich waren's... Boah, bestimmt zwei Stunden! Ich musste noch ein bisschen Elixier farmen, damit ich mir das überhaupt leisten kann! Jetzt haben wir aber auf jeden Fall drei Wut-Zauber! Und wir haben... Äh, mal gucken! 105 Mauerbrecher Level 5! Also es wird... Doch hoffentlich diesmal eine richtige, ähm, Eskalation geben! Ich hab auch mittlerweile meine Königin mal endlich wieder auf... Äh, hab ich endlich auf 5! Ach, wir können endlich bald mal ihre Fähigkeit testen! Genauer gesagt! Ähm... Ja, du... Was ist das überhaupt? Die Königin verschwindet, um sich ein wenig zu heilen und entfesselt dann einen verheerenden Hagel tödlicher Munition! Bla 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 bla! Okay! Weiter geht's! Wir können jetzt also weitermachen! Und suchen uns jetzt mal ein Opfer aus mit hoffentlich... Wenig Mauern, damit ich das auch ganz zerstören kann! Ihr habt's gemerkt, ich bin etwas runtergegangen mit den Trophäen! Hm... Der ist aber schon zu schlecht, oder? Boah, ich weiß nicht! Ja, wir warten noch mal! Wir gucken mal weiter! Der hat auch... ganz gute Mauern! Ah... Wobei, die Mauern krieg ich ja eh kaputt, oder? Die Mauern krieg ich ja eh kaputt! Ah... Wir gehen mal weiter! Ich weiß es nicht! Hätte ich eigentlich ganz gut gekriegt! Inie! Naja... Naja... Ab und zu mal so einen dazwischen! Das ist auch ganz klar! Aber wir gehen mal weiter und gucken mal einfach, ob wir... Ich will die Mauerbrecher auch nicht unbedingt so ultra verschwenden! Ah... Ja genau! Sind das bitte für Dörfer? Das ist echt... Pfff! Ja genau! Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich mir erhoffe! Ich hoffe... Ja, wir hätten den vielleicht eben doch nehmen sollen! Der war ganz gut! Ich will natürlich auch einen haben, der einfach... Alles eingem... Loll, der hat gar keine Mauer! Hahaha! Oh mein Gott! Ich will den mal nehmen! Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll! Mit 105 Mauerbrecher! Aber der wird sofort kaputt gehen! Ja... Wir nehmen ihn jetzt hier! Komm, wir nehmen ihn jetzt hier! Er hat zwar mehrere Mauerstücke hintereinander, aber... Wir fangen mal erstmal an! Nehmen jetzt erstmal hier die Mauer Nummer 1, 2 und 3 uns hier vor! Und... Wir setzen auf diese Seite nochmal ein paar! Zur Ablenkung! Kommt! Macht die Mauern kaputt! Macht alle Mauern kaputt! Ich muss mehrere auf einmal setzen, damit die... Damit quasi der... Die Abwehranlagen überhaupt nicht mehr hinterher kommen! Und überhaupt nicht wissen, wo sie angreifen sollen! Das ist jetzt so der... Das ist jetzt so der... Plan, den ich jetzt hier geschmiedet habe! Aber wir sollen mal gucken! Ah... Ja... Steht da noch ein kleines Stückchen! Ja... Steht noch ein... Wir haben auch noch ein paar in Reserve! Keine Sorge! Wo geht er jetzt hin? Ach... Da vorne sind auch noch Mauern übrig! Na gut... Das müsste jetzt aber eigentlich... Das war's! Okay... Jetzt haben wir noch 63 Stück übrig! Jetzt haben wir noch 63 Stück übrig! Jetzt müssen wir mal überlegen... Wie ich das am geschicktesten angehe! Boah... Das wird aber wieder nicht reichen, oder? Ja... Ich will wenigstens das Rathaus kaputt haben! Ich bin da am überlegen, wie ich das am geschicktesten mache! Los! Macht alles kaputt! Ah... Los! Es wird wieder... Es wird wieder extrem knapp werden, habe ich das Gefühl! Immerhin fangen sie jetzt schon mal an, das Rathaus zu zerstören! Los! Ich will wenigstens 50... Ich komme, ich will 50% haben! Ist das so schwer? Nein, ich werde es wieder nicht schaffen! Ich werde es wieder nicht schaffen! Ich werde es wieder nicht schaffen, die 50% zu holen! Das gibt es doch gar nicht! Jetzt muss ich mir echt was überlegen! Vielleicht sollte ich hier noch eben... Das auch ausnutzen! Doch, das schaffe ich, oder? Schaffe ich das noch? Warte mal, warte mal, warte mal! Los! Was? Bitte! Nein! 49%! Nein! 49%! Na gut! Ich kann es nicht ändern! Die Queen muss... Die Queen muss zum Vorschein! Jetzt testen wir erstmal die... Jetzt testen wir erstmal die Fähigkeit! Jetzt testen wir erstmal die Fähigkeit! Bam, Junge! Ist alles kaputt! Ja, tut mir leid! Das muss ich jetzt eben nochmal mitnehmen! Ich will auch wieder die... Ich will ja mit den Trophäen auch sowieso wieder hoch! Von daher... Hab ich mir gedacht, komm, wir machen das jetzt mal eben noch! Ey, diese Angriffe haben so extrem viel Elixier gekostet! Das ist echt unverschämt! Ihr müsst aber legen, ähm... Warte mal, wie viel hat das jetzt gekostet? Ich rechne das jetzt mal eben aus! So, warte mal! Wo brauche ich denn meine Tasche rechnen? Wir haben... 105 Mauerbrecher gehabt! Mal 3000 Elixier! Ah, scheiße! Jetzt habe ich mich verrechnet! Rup! 315.000! Und das zweimal! Das heißt, ich habe 630.000 Elixier ausgegeben! Das heißt, Matthias sollte sich mal bloß nicht beschweren! Also... Bloß nicht beschweren, dass da, äh... Es eher zu viel ausgegeben hätte! Also von daher... Naja... Jetzt habe ich leider noch... Jetzt habe ich noch Mauerbrüche erhalten! Jetzt habe ich von den nächsten Truppen ausgebildet! Aber okay! Ich habe 630.000 ausgegeben! Also es... Das war wirklich mal eine Bestrafung! Es hat auch ziemlich lange gedauert, das zu machen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ich fand es auf jeden Fall richtig lustig! Muss ich ganz ehrlich sagen! Hat mir auch wirklich Spaß gemacht! Also... War zwar eine Bestrafung, aber habe ich natürlich gerne gemacht für euch! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Ähm... Ja... Ja... 17 Uhr sehen wir uns wieder! Wenn es wieder heißt... Let's play the Kish of Clans! Dann werde ich... Einen eurer Clans besuchen! Dann werde ich diesen schönen Clan hier verlassen! Den Mr. Mobile Fanboy Clan! Und ja... Macht's gut, Leute! Bis 17 Uhr! Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat! Abonnieren nicht vergessen! Tschüssi!